Scheiße, hast recht. Ist denn von der Form her so okay, oder hast du dir was anderes vorgestellt? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Wobei ich nicht weiß, ob wir nicht vielleicht schon tatsächlich den Ziegelstein da nehmen sollten, da diesen... ...Branden mal 4. Vielleicht unten für die untere Ebene würde ich den Koppel nehmen und da vielleicht schon den... Boah. Ja, der Koppel wird doch für den Weg da sein, ne? Ja, pass auf, lass erstmal zurückgehen, wir können ja schon mal ein paar Sachen brennen, dann schauen wir uns mal, wie das aussieht damit. Ist auch alles erst noch provisorisch mehr. So. Wir brauchen ein Leuchtfeuer. Warum? Den Weg zurück weist. Ist ja nicht schwer. Doch. Ist denn hier mit Wasser passiert? Das ist Design. Ist so gewollt. Das ist wegen der Aerodynamik. Warum ist denn jetzt schon wieder Flint hier drin? Das ist ein Werkzeug. Kein Werkzeug, das hier, das Zeugs hier. Ja. Da ist keine Tafel dran. Da hab ich gar nicht vorgelegt. Ja, da ist halt Rest. Ja, da ist halt Rest. Hast du denn jetzt Flint wirklich ein Werkzeug? Ist ja egal. So, besser? So, äh, ich muss mir mal gleich was zu essen holen, weil, äh... 40 Minuten? Wieso? Ja, wir haben 20 nach 9. Ja. Wenn wir bis 10 Uhr machen, sind es 40 Minuten. Ja, aber ich sterbe gleich. Das ist, äh, ne? Das ist ein Problem. Achso, ich hab im richtigen... Das ist halt eine sehr witzige Konversation. Hier, hast du noch Dingsfleisch. Wenn Jens das letztlich aufnimmt. Ja. Ja, das braucht... das hilft nicht viel. Kannst dich wenigstens komplett hoch? Nee, immer noch nicht. Dann nimm dir ein, zwei Äpfel hier raus, zur Not. Da ist immer noch Fleisch, gut. So, achso, ich brauch ne neue Hacke. Die hab ich vorhin komplett verbraucht. Dann kann ich jetzt weiter Dias sammeln. Blub, blub. Du hast gefragt, Hans, im Stream, was. Ja, Moment, ich, äh... Weil mich nur eben drüber guck. Achso. Was genau spielt ihr grade? Minecraft. Ja, ähm, ne. Wir sind auf nem Survival-Server. Wir, ähm, haben wirklich nur das reine Grundspiel. Als, äh... ... als, ähh... Hintergrund und versuchen uns dann damit eine kleine Stadt aufzubauen. Ja, tut mir leid. Den Gag musste ich bringen. Ich muss es noch allgemeiner machen sollen, ein PC-Spiel. Mal weiter Dias suchen. In welchem Urlaub? Nur noch 40 Minuten, Max. Nur noch 40 Minuten. Ne, ist normal, glaube ich, eingestellt. Ne? Nur du hast auf Hardcore stehen. Max? 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 Du hast dich wieder gemutet und redet wieder mit uns. Ja. Oder versucht es zumindest. Hallo, wenn er jetzt was geschrieben hat, ich kann es nicht angucken, weil, äh, kann er nicht rüber switchen. Ich habe nichts gesehen. Weil, irgendwo hat er jetzt was geschrieben. Welche Reiseziele können wir empfehlen? Ähm, ich bin noch nicht so um die Welt gekommen, ab da wir noch nicht kein großes Geld ausgeben können. Ähm, ich war in Spanien, ich war in... Ähm... Also immer gut ankommen tut euer Erkenschwick. Allein wegen dem Namen. Ich war in Bayern, jedes Jahr. Ich war in Bayern, jedes Jahr. Ich kann da leider nicht drauf switchen. Der hat dem TS irgendwas geschrieben, aber ich kann es nicht lesen, weil ich da nicht drauf switchen kann. Ich hoffe, er ist gleich zurück. Auch, äh... Verachlich. Ja... Warum habe ich eigentlich permanent so ein... Nahrungsmittelproblem? Das, äh, habe ich übrigens auch, aber... Naja... Welche Reiseziele können wir denn noch empfehlen? Und ich habe gehört, Amerika soll auf jeden Fall cool sein. Immer eine Reise wert. Er ist eingeschlafen. Ja. Haha. So abrupt. Pöhm. Von einem Satz auf den nächsten. 24,5 an 25,5 an 30 min wenigstens haben wir gleich genügend Steine, oder zumindest eine ganze Menge Steine schon. Wie kann man denn mit dem genügend Steine haben? Ja, wisst ihr noch, da war doch mal so viele Steine, dass ihr damit handeln konntet. Das war knapp. Nubbelnd! Nubbelnd! Der Klang nicht direkt zu nehmen, hier wäre. Nubbelnd! Nubbelnd! lame! Bl oluş đượcsicht. Oh, 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 da bin ich wieder. Ich bin eingeschlafen, Entschuldigung. Telefon geklingelt oder? Ja. Ja, okay. So, ich hab da mal was vorbereitet. Ich hab das Lapislazuli gefunden, ganz viel. Und ich habe fünf Diamanten gefunden. Kann ich hier TS-3 anbieten? Äh, ja, wir sind hier im TS-3. Aber danke. Wir reden ja gerade über TS-3 und TS-3. Nee, wir sitzen nebeneinander und an einem Mikrofon. Oh. Das stört mich gewaltig, dass Jens keine Hose anhat. Das verringert die Reibung. Das stimmt natürlich. So ein Leck, Hans? Nee, ich eigentlich nicht. Und auch der Stream läuft sauber eigentlich. Eigentlich. Und uneigentlich? Du weißt ja nicht, wie die anderen das empfinden. Also, bei mir bist du auch flüssig. Ich zumindest. Haben wir noch, äh, na, ich frag gleich. Wo ist er denn? Ja, es wird angeteckt. Brauchst du noch Cobblestone oder was? So, ich höre, dass hier jemand Sachen verbrennt. Oh. Erb dich erwischt, ich verbrenne gerade die Diamanten, die ich gefunden habe. Nein. Brauchte, glaube ich, noch Kohle. Fängt schon einer mit Obsidian an, oder was? Nee, ich nicht. Mach sein Tor, Jens. Nee. Trotzdem Kohle. Glaub ich. Oder? Ich hab Pilze gefunden. Also im Spiel jetzt. Hammergeil. Wollen wir sagen, in deinem Schritt. Nee, es kommt aus, Leute. Es kommt aus. Ist das gut? Ist das gut? So. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Will ich es wissen? Du kannst ja einmal lünkern. Ich glaube, ich muss mal gucken gehen. Hast du es schon gesehen? Ja, müsste jetzt bei dir auch sein. Warte. Oh mein Gott. Echt jetzt, Jens? Ist in jedem ein Metallteil drin? In jedem sind 64 Cobblestone drin. Massenproduktion fängt an, sagst du? Ist doch, äh... Musstest du wahrscheinlich auch in jeden 64 Kohle reintun, ne? Oder hast du andere gereinigt dann? Nee, acht Stück. Acht Kohle in jeden und 64 Cobblestone. Habt ihr euch mal irgendwie um Futter gekümmert? Nicht wirklich. Habt ihr mich um Steine gekümmert? Tito. Stein und Holz. Wir haben übrigens gerade einen kleinen Stein-Knapphalt. Ja, warte, ich bring dir was mit. Jens? Wir haben ja Stein-Knapphalt? Ist nicht viel jetzt, aber das hier kann ich dir zumindest anbieten. Und hier... Du musst die Sachen auch aufsammeln. Ja, mach ich doch. So, und das hier noch. Ich lege es oben rein. Ähm... Diamanten lege ich auch erstmal irgendwo rein, ne? Soll ich die bei Eisen mit reinpacken? Weiß ich nicht. Wir haben ja schon wieder den halben Tacho vorbei. Mist, aber auch. Sag dir denn nichts. Der schreibt, äh, gerade, ähm... ... hat so Bock jetzt auf Minecraft. Epe? Ne, äh... Tor. Ja, Tor. Hängt schon wieder an bei mir. Warum kann ich denn nichts mal im Schongang machen? Warum muss ich denn immer so übertreiben von der Menge? Ja. Und Benzine? Ja. Oh, ich hab keine Nahrung mehr. Ich hab gerade welche abgebaut, warte. Oh, ich hab keine Nahrung mehr. Ein der zwei Brötchen kann ich dir wahrscheinlich geben. Mischte Brötchen. Wo bist du? Sollen wir das, äh, Feld mal vergrößern? Das, äh...